Hallo. Hi, du bist Philipp? Ja. Perfekt, ich bin Kira. Ich nehme dich mal mit. Voll gern. Wir bei Ulrich Medical, Familienunternehmen und Innovationsführer haben zwei Produktbereiche, von Traspelinjektoren und Wirbelsäulensysteme. Außerdem haben wir inzwischen 450 Mitarbeiter und haben... Ach, den Rest kenne ich alle schon von der Website. Okay, perfekt. Das Wichtigste ist auch, dass wir Produkte herstellen, die Menschen helfen. Wow, das sieht aber cool aus. Richtig nice Lehrwerkstatt mit super modernen Maschinen. Hä? Wer war denn das? Das ist unser Ausbilder, Herr Bühler. Er ist bei Fragen immer für uns da. Außerdem haben wir in der Lehrwerkstatt unsere Ruhe, um viel auszuprobieren. Am Anfang lernen wir die Grundlagen des Metallbearbeitens und machen uns mit den verschiedenen Werkstoffen vertraut. Nicht nur Metallteile, auch Kunststoffteile werden hier für unsere Direktoren in der Lehrwerkstatt bearbeitet. Das Programmieren der CNC-Fräse lernt sich hier ab dem zweiten Lehrjahr. Hier in der Gerätemontage werden die einzelnen Bauteile zusammengeführt. Und sogar unsere Wallenpumpenmotoren für unsere Injektoren machen wir selber. Ich habe vor kurzem meine Ausbildung abgeschlossen und sogar ich wurde übernommen. Wir studieren nach dem Ulmer-Modell. Das bedeutet, würde ich laufend meine Ausbildung wie die anderen Azubis und studieren Digitale Produktion an der Technischen Hochschule in Ulm. Während den Praxisphasen von unserem Studium unterstützen wir die Produktion und lernen die Roboterprogrammierung kennen. Der zweite Studiengang im Ulmer-Modell ist Medizintechnik. Meine Praxisphasen verbringe ich unter anderem in der Entwicklungsabteilung. Hier unterstütze ich den gesamten Entwicklungsprozess. Vom Prototypen bis zum Endprodukt. Toll ist hier vor allem die Flexibilität. Das Zusammenkommen von Konstruktion, Software, Elektronik und Verbrauchsmaterial an einem Standort gibt uns die Möglichkeit alles kennenzulernen. Und entscheiden muss ich mich dann erst später. Auch im kaufmännischen Bereich haben wir neben Ausbildungsplätzen duale Studiengänge. Und auch die Studiengebühr übernehmen wir für alle. An der DHBW haben wir unsere dreimonatige Theoriephase und im Wechsel unsere Praxisphase hier bei Ulrich Medical in den verschiedensten Abteilungen. Und wir haben sogar die Möglichkeit, einen Monat bei unserer Tochtergesellschaft in den USA zu arbeiten. Voll amazing! In der Kantine und auf der Sonnenterrasse treffen sich die Gewerblichen mit den kaufmännischen Azubis zum gemeinsamen Mittagessen. Hier bekommen wir sogar Rabatt und für Vegetarier ist auch was dabei. Hey Leute, ihr macht doch die Ausbildung zur Industriekauffrau. Was gefällt euch denn da am besten? Was mir besonders gut gefällt ist, dass wir Einblick in mehrere Abteilungen bekommen können. Außerdem haben wir ja wie du weißt Gleitzeit und das gestaltet die Arbeitszeit ein bisschen flexibel. Also mir hat die Logistikabteilung am besten gefallen, weil ich finde da hat man viel Abwechslung zwischen Bürotätigkeiten und Lagertätigkeiten und das finde ich eigentlich sehr spannend. Die Arbeit ist sogar für uns Mädels nicht körperlich anstrengend. Und was machst du so bei Ulrich Medical? Ich bin gerade im Einkauf. Hier bestelle ich alles, was wir im Unternehmen brauchen. Vom Radiergummi zur Produktionsmaschine bis hin zum Kaffee. Und sogar der Kaffee ist bei euch so. Das ist natürlich super für euch Schwaben. Die Rechnungen zur Gretas Bestellung bezahlen wir im Rechnungsbeser. Hey, die neuen Tasten sind richtig gut geworden. So was machen wir zum Beispiel im Marketing. Funktioniert wieder. Danke. Im IT-Support kümmern wir uns um unsere Kollegen, aber auch um die IT-Infrastruktur im Unternehmen. Das war echt ein cooler Tag. Wir freuen uns, dich wiederzusehen. Das war sehr, schön. Untertitelung des ZDF, 2020